In dem heutigen Video erklären wir euch, was es heißt, wenn ihr hinter einem Pokémon einen blauen Hintergrund seht. Wenn ihr durch eure Pokémon scrollt, wird euch auffallen, dass manche Pokémon einen blauen Hintergrund haben. Doch was genau bedeutet dieser blaue Hintergrund? Ist das Pokémon besonders selten, stark oder hat eine bestimmte Fähigkeit? Die Lösung ist eigentlich viel einfacher als man denkt. Denn wenn man einmal einfach hier unten rechts klickt und nach Funddatum sortiert, nun wieder ganz nach oben geht, wird einem auffallen, dass alle Pokémon mit blauem Hintergrund sich oben befinden. Denn der blaue Hintergrund zeigt einfach nur an, dass das die Pokémon sind, die ihr zuletzt gefangen habt. Um genau zu sein, werden hier die Pokémon der letzten 24 Stunden angezeigt. Ihr könnt jetzt natürlich noch euren Freunden sagen, dass diese Pokémon ganz besonders sind, aber im Endeffekt wisst ihr ja, diese Pokémon habt ihr einfach in den letzten 24 Stunden gefangen. Wir hoffen, ihr fandet das Video hilfreich. Falls ihr keine weiteren iPhone-Tricks und Pokémon-Videos verpassen wollt, dann abonniert einfach diesen Channel oder geht auf unsere Website www.iphone-tricks.de Und bis zum nächsten Video. Ciao! Wie ihr seht, bin ich hier schon Level 19. Klickt jetzt einfach auf euren Profil und jetzt hier unten rechts auf die drei Striche, dann kommt ihr ins Menü. Klickt.